Wir laufen heute mit den Luftballons, wir laufen durch Obernburg, zeigen Obernburg, dass es uns gibt, dass sie keine Angst haben brauchen, dass sie sich eigentlich uns anschließen können. Nach dem Spaziergang werden wir auf dem Platz hinter mir gemeinsam zum selben Zeitpunkt die Ballons starten lassen. Ihr habt also die Möglichkeit, eure Wünsche, eure Anregungen, euer Ärgernis, alles rauszuschreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Freiheit für alle! Freiheit für alle! Freiheit! Freiheit! Freiheit für alle! 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 Wir waren viele, wir werden noch mehr. Ich bin heute Abend oft darauf angesprochen worden, warum wir heute nicht in Mettenberg sind. Ich möchte dazu sagen, wir müssen noch ein bisschen rausgehen. Deswegen ist meine oder unsere von meinem Orga-Team und mir die Entscheidung, wir werden jetzt öfters in Orbanburg sein und Richtung Aschaffenburg ein bisschen was machen. Weil da scheinen noch einige Menschen sich nicht zu tragen, auf die Straße zu gehen. Und wir machen ihnen Mut, Mut auf die Straße zu gehen. Ich habe schon viel Polizeierfahrung gesammelt in einem Jahr, aber so freundliche Polizei wie hier heute, erlebt man echt selten. Vielen Dank an die Polizisten für den Einsatz. Das geht lauter, Leute. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, Nancy. Wir kommen wieder. Das ist keine drogengeste Wahrmachung. Fünf, vier, drei, zwei, eins, vier! Das ist so schön. Ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tut mir einen Gefallen, macht viel Werbung, dass die Leute mehr kommen, mehr auf die Straße gehen. Keine Angst mehr haben, dass sie alleine sind. Bleibt mir bitte gesund. Ich habe euch alle lieb! Danke schön! Damit ist die Veranstaltung beendet. Danke! Danke, Tima! Danke!